Servus Leute, mein Name ist Pounderleitner. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal aus Berlin, aus dem Gym. Das erste Mal. Heute sind wieder alle am Start. Johnny, Kai, Luca. Es wird gut geballert, jeder macht sein Ding. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß. Ich hatte vor übrigens gerade einen Dreh mit Johannes bei der Polizei, deshalb habe ich jetzt nicht viele Sachen dabei. Kai war so nett und habe einiges mitgenommen. Jetzt haben wir hier einen schönen Booster am Start noch dazu. Limited Edition, eine exklusive Edition, das Geile ist. Das kann man einfach in der Tasche mitnehmen, das hat man 5 Portionen am Start. Und man kriegt es einfach gratis über den Link in der Beschreibung. Also egal was ihr bestellt. Ihr könnt zum Beispiel hier einen der neuen Geschmäcker von den Goats nehmen. Und dann gibt es eine Gratisdose auch noch mit dazu. Und ihr habt einen extra Boost. Oder ihr nehmt natürlich Strong oder Pink Essentials oder SmackTastic. Da gibt es zum Beispiel noch 30 Portionen gratis. Alles in der Beschreibung. Jetzt erstmal ein bisschen Booster knallen am Schulterarm.de. Darf es nicht fehlen. Luca gönnt sich auch. Erstmal hier. Obwohl er nur Model Workouts macht. Sauber. Für die volle Power. Jetzt knallen wir uns das Ding hier rein. Bester Booster Geschmack ever. Selbst Fry Scoop ist krank. Und ich werde nicht verrecken, so wie in Amerika die Leute, die sich irgendwelche kranken Fry Scoop Booster reinballern. Sondern der knallt einfach nur gut rein. Und jetzt sind wir ready fürs Training. Let's go baby. Johnny. Johnny, zeig mal bei Ihnen gleich. Firmcheck. Ja, warte, warte. Ja, schön. Sauber. Wie viele Tage aus? 34 Tage. 34 Tage doch. Der hat sich gleich eingedeckt hier mit Klamotten. Was trainierst du überhaupt? Irgendwas. Digger Johnny und sein Plan echt. Frechert. Oh yes. Da sind sie. 150 Kilo Handeln. Johnny hat gemeint, du hast es vorher schon probiert. Ja. War easy cheesy, oder? Was für easy peasy. Ist alles mehr 150 Kilo. Ja. Nächster. Und ich bin ja nicht mehr warm. Mit Zugheben seid auch keine Muschigen. Ich bin nicht mehr warm. Ja und? Boah, rechts habe ich geschafft, Alter. Also hochheben. Also nicht rudern oder sonstiges. Aber hochheben. Dieser Sack hier, ich weiß nicht wie der heißt, der hat es ohne Zugheben hochgehoben. Und dann haben wir gerudert. Mach's auch gleich. Yeah. Sexy. Das brechst du mir gleich alles durch. Ich versuche das mal ohne. Ohne schaffst du es nicht. Ah, da oder? Ja. Hat es recht. Ja. Das Ding ist gut schwer. So, aber ich bin jetzt schon so am Ölen. Wir haben uns vorher kurz auf dem Stepper warm gemacht. Mir rennt der Schweiß komplett runter. Das Geile ist auch beim Booster. Der wird dich auch noch mal ein bisschen aufwärmen. Und vor allem in der Däne ist sowieso immer kalt. Ich glaube, ihr kennt es wahrscheinlich. Ja. Ja. Was machst du jetzt? Machst du ein bisschen Schulter mit, du? Nö, ich gucke mir jetzt erstmal, was ich bin hier. Okay. Ja, das wird ja mal spontan entschieden bei ihm. Ich starte hier gleich am Rack. Ich muss sagen, ich fühle mich. Riecht richtig geil. Ich denke, heute könnten eventuell PRs rausgehört werden. Also 80 Kilo über Kopf, as always. Schön Schulterballern. Dann schauen wir mal, ob ich die 10 Raps überbiete, unterbiete oder absolut smashe. Die Stange ist auf jeden Fall richtig geil. Warte ich jetzt gerade drauf und dann starte ich mit dem ersten Satz. Überlebt nach rein. Let's go. Ja. 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 Hier, die Seilthäbermaschine. Komm, ein bisschen Power jetzt. Focus. Und Kai hat auch ein richtig geiles Ding am Start. Ja, Mann. Einfach mal eine Seal Row Maschine. Nein, nicht Seal Row. Seal Row. Die Maschine ist lustig. Echt cool. Ich habe dank dir, also nicht, oder doch dank dir, habe ich jetzt mit Seilthäbermaschine angefangen überhaupt. Auch damals in Marbella. Aber dann war alles zu wieder. Sauber. Jetzt bin ich dran du. Ab. Ab. Jetzt ist es schön schwer. Ab. 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 Oh yeah. Boah. Es knallt schön. Komm, Kai. Ja. 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 Oh. 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 Ich bin auf Platz da. Luca gönnt sich hier pures Gold. Ja. Komm. Weißt du was so geil ist? Du kannst einfach so starten und dann eindrehen. Ah ja, das ist geil. Das ist so, also wie so ein Bizeps-Koll. So muss das. Das ist richtig nice. Yes, I wanna film the Model-Workout. Das ist gar kein Model-Workout heute, Digga. Ich baller so durch. Heute komplett Bodybuilding. Zwei Tage vor Mailand erstmal schön die Brust auf Bayern. Luca ist nämlich ein Monat in Mailand. Also mal schauen wie du dann dort überhaupt trainieren wirst. Das Ding ist, ich glaube ich werde wiederkommen als Strich. Ja, vielleicht. Aber dafür hoffentlich mit ein bisschen Cash am Konto. So ein paar Nullen, ne? Also nach der Eins. Ja. Go. Tschüss. Jetzt baller ich. Eine richtig geile Schultermaschine. Kommen wir mal ein bisschen näher. Die Schultern sind krank krampt. Jetzt gibt es hier eine schöne Schultermaschine. Das geile ist, der Griff ist richtig fett. Und man kann sogar Dropsets machen. Mache ich jetzt im ersten Satz auf jeden Fall nicht. Aber trotzdem gut ballern. Let's go, Baby. Come on. Yeah. Gleich zur Seite. Yeah. Shoo. Ah, wir nehmen das Gym auseinander. Yeah. Das Gewurzenkader. Scheiße. Okay. Yeah. Oh fuck. Okay. Boom. Scheiße. Das ist geil. Uh. Kai Uwe zerlegt hier. Der Stack geht einfach mal bis 300 Kilo. Das ist eigentlich fast ähnlich wie bei uns zu Hause. Nur, dass Kai hier viel weniger macht. Ja, weil das kein Flaschenzug ist. Weil ich fühle mich wie ein kleines Kind, weil ich nur ein Drittel stackte. Ja. Aber das Ding, man sieht, das ist riesig. Wir sind beide über 1,90. Leider ist der Seilzug nicht höher. Ansonsten könnte man noch viel mehr Range, sag ich mal, mit reinnehmen. Aber ja, so geht es sich anscheinend auch gut aus. Jetzt ballern wir Ärmchen hinter der Schulter. Müsst ihr nicht unbedingt sehen, das ist nicht so special. Deshalb ab zur Arme. Was treibt ihr her jetzt? Das ist die Bizeps. Bizeps, Dude. Läuft. Fünfte Rücken übernommen oder so, oder? Krank. Nee. Dritte. Dritte, keine Ahnung. So muss. Kai zieht ja alles weg. Genauso muss es sein. Und wir haben Besuch bekommen. Dieser. Der Fleischfresser. Rico wird auch noch zum Veganer gemacht, ich sag's euch. Jetzt wird ein bisschen einarmig Bizeps Curls gemacht. Den Griff finde ich nicht ganz so geil, weil es nach innen gerichtet ist. Aber wir werden hier schon gut damit klarkommen. Oh yeah. Andere Seite. Boah. Oh, das ist gelesen. Alter, was ist denn los? Mein rechter Arm ist schwächer als mein linker. Danke auch. Was soll denn der Kack? Glücklicherweise hat mir übrigens Kai Ears plus Sides mitgenommen. Das ist so mein Standard-Stack im Training. Salz für guten Pump. Mineralien geben und Schweiß verloren. So füge ich das Ganze zumindest etwas wieder auf. Meistens so ein bis zwei Gramm. Wiege ich einfach ein bisschen ab und mache auch nach Gefühl und Geschmack. Aber zwei Gramm Salz mittlerweile schmecke ich das eigentlich fast gar nicht mehr drin. Macht den Geschmack sogar doch bisschen geiler. Und wie gesagt, ich fühle mich krank aufgepumpt. Die Adern poppen und ich schwitze geil. Genauso muss es sein. Let's go, Johnny. We wanna see you pump. Show me them stripes. Stratius. Yeah, shit. The Meco Balli-Beating. Schöner Handdrücker. Ja wohl. Super. Easy. Come on. Easy. Komm, Jungs. Komm. Come on, Johnny. He's doing everything he can. Yeah. Woo-hoo. Ich fordere Rico zu einem Beat this Curl in the Battlegrounds. Let's go. Wer hat mehr Veins. Okay, go. Okay, go. Zicke, zicke. Oh, oh. Yeah. Oh. 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 Oh, yeah. Come on. Yeah, yeah. Pump it. Come on. Yeah. Schön. Fuck. Gutes Training. Yeah. Läuft geil. Nass. Tosenass. Ich versuche alles. Come on, Luca. Yes. Laufstart. Okay. Wir sind durch. Johnny ist durch. Lukas durch. Kai ist wie immer unser letzter. Ja, klar. Jawohl. Der Ball hat noch ein bisschen beat. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese erste Session im Gym in Berlin gemeinsam mit den Jungs gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, lasst trotzdem ein Like da. Schaut bei den Jungs vorbei. Checkt den Link in der Beschreibung ab, um gratis Exclusives abzustauben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Oh.